willkommen zurück zu einer weiteren folge wrc 7 heute geht es rein in die rallye italien sardinien wenn sie nicht mehr als einmal letzter ok das sollte ich nun wirklich schaffen fangen wir an mit der epic stage die allerdings nur 8,7 zwei kilometer lang ist das ist ja nix das ist absolut gar nix dann gehen wir rein mit den harten reifen mit den harten reifen mit außentemperaturen um die 30 grad ist es die auftreibende rallye der saison auftreibende rallye das bürgerauto das bürgerauto fährt wieder voraus wir holen das ein jetzt bringt auch das rallye land was sich noch ein paar identische sektoren hat im vergleich zu aktuellen das war der nbc spiel und nämlich hier mit den wald kettmann fahrzeug haben wir jetzt die tje der nbc steuer der kurse wo 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 und links bei davor die hier wird die herrde mit links 4, kurz über Kuppe, rechts 3, Kuppe, links 4, kurz, stärk ab, rechts 4, 30, rechts 4, Licht schneiden, öffnen sich, links 3, lang, innen halten, rechts 3, öffnen sich, und Knoten, 20, rechts 4, links 5, rechts 6, nee, das ist mal Maus, irgendwie seltsam aus mit Licht, rechts 4, rechts 6, links 4, kurz, 50, oh, oh no, bitte, bitte nicht, es sieht ja kurzer aus, als es aus, also links rum, an den Sturmbeinen vorbei ging, habe ich mich ein bisschen bamboozeln lassen, links 4, öffnen sich, 50, rechts 4, weg, dicht, lang, und links 3, kurz, weg, dicht, rechts 5, 30, bremse, rechts 3, links schneiden, weg, dicht, und links 1, scharfer Anhalt rechts, öffnet sich, links 5, über Kuppe, großer Sprung, oh no, mir fällt es gerade ein, ich habe nicht, ich habe schon wieder vergessen, aua, oh, und dankbarer Bounce, aber ich habe es schon wieder vergessen, Setup rein für die Handbremse, rechts 4, innen halten, in Abschreibung, links 4, kurz, 60, oh, Gute wird berechnet, rechts 4, kurz, links 3, innen halten, öffnet sich, und mit rechts, in links 4, innen halten, über Kuppe, 40, rechts 5, oh my god, die Strecke verwirrt mich, Achtung, Rente durch Tor, in links abbiegen, in rechts 6, sehr lang, beheckt sich, seine innen, 30, links 4, kurz, öffnet sich, 200, rechts 3, kurz, öffnet sich, 40, links 4, beheckt sich, 40, Achtung, Rente, 40, Haarnadel rechts, nicht schneiden, öffnet sich, lang, in links 4, über Kuppe, links 3, beheckt sich, sehr lang, über Kuppe, rechts 5, in links 5, lang, beheckt sich 3, kurz, über Kuppe, rechts 3, in links 4, lang, 50, Achtung, Rente, links abbiegen, öffnet sich, nicht schneiden, 50, links 5, rechts 5, beheckt sich, lang, das war schön, schöne Linkskurve, in links 4, beheckt sich, über Kuppe, rechts 4, lang, aus innen, beheckt sich, über Bodenwellen, links 6, beheckt sich 3, dicht schneiden, in rechts 2, über Kuppe, links 5, über Bodenwellen, links abbiegen, öffnet sich, 30, links 3, kurz, rechts 4, über Bodenwellen, in Spitz links, kurz, über Kuppe, rechts 4, über Bodenwellen, Kuppe, in rechts 5, sehr lang, beheckt sich 4, links 5, in rechts 5, und links 6, in rechts 5, kurz, 40, links 5, hinten losen, 60, links 4, rechts 4, kurz, 30, hinten losen, links 3, Beengung, dicht schneiden, rechts 5, Fremde, links abbiegen, öffnet sich, alle werden mitgenommen, die man mitnehmen hätte können, links 5, das war wirklich Pinball, links 4, kurz, rechts 3, sehr lang, in links 5, lang, 60, in rechts 5, 50, in links 3, lang, öffnet sich, 40, und geschafft! Ah, 2 sehr doofes, oh, die Front ist weg! Trotzdem gewonnen! Trotz diesen riesen Fehler, oder 2 sogar, die ich gemacht habe, Italien wird gewonnen! Von, wir hatten jetzt die Epic Stage, die lange Stage, wir sind nur, bisschen mehr als 5 Minuten gefahren! Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen was! Achso! Nicht vergessen, davor, Konfiguration! Ähm, wo haben wir es denn? Hinterradaufhängung, Getriebe, Bremsen! Handbremskraft! Ist das jetzt, das ist mehr, nehme ich mal an, oder? Dann gehe ich mal auf, auf, gar nichts! Gehe ich mal auf gar nichts! Oh, ups! Oh, ups! Äh, Standard! Ja komm, ich will einen Unterschied merken! Deshalb erstmal, ein Hardcore! Eingriff! Sonst Bremsen, Reifen, Aufhängung! Alles wieder tiptop! So, eine Wertungsprüfung, äh... Ja, nee, das sieht gut aus! Zweimal normale Wertungsprüfung, und dann nochmal Super Special Stage! Äh, Spezialwertungsprüfung! Wie es auf Deutsch heißt! Exakt so betont! Übrigens, äh... Wir mal bei diesen, diesen, diesen... Aufkleber, Rallye, Italia, Sardinia, äh... Irgendwas, 2017! Und links steht Sardinien! Was war das? Die... Endlose Insel! Wie kann eine Insel endlos sein? Ja gut, die hat keine... Aufführnde Grenze, sondern... Ne? Ist da halt... Kreis hat auch keine Anfang und kein Ende! 100! Rechts 4! Licht schneiden! Jetzt geht mir Handfremskurven! Links 5! Kurz! Rechts 4! Lang! 30! Links 3! Links 3! Nichts 3! Nichts schneiden! Sehr lang! In rechts 5! Innen halten! 50! In Kloten! Rechts 5! Öffnet sich! 30! Aber auf jeden Fall nicht dicker! Links 3! Links 4! In rechts! Abbiegen! Beengung! In links 5! Beengung! Innen halten! 30! Rechts 3! Öffnet sich! 30! Links 4! In rechts 5! Beengung! 30! In 4! Noten! 40! In rechts 5! In Knoten! 50! Links 5! Fort! Links 5! Rechts 4! In rechts 4! Was macht denn da ein Auto? Rechts 5! Fort! In Bodenwälde! Links 5! Lang! rait sich! einer interfremde Rechtsabbiegen! Aua. Okay, jetzt, jetzt raffe ich mich mal wieder. Links 5, zeigt sich 2, sehr lang. Rechts 3, lang, öffnet sich, 40. Achtung, Bodenwelle, links 4, sehr lang, über Kuppe. Rechts 4, über Kuppe, beengt sich, in links 5, lang, beengt sich 4, 40. Oh je. Rechts 5, 40. Achtung, Bremse, rechts abbiegen, öffnet sich, 80. Rechts 6, lang, beengt sich 4, links 4, beengt sich, lang, rechts 4, kurz, öffnet sich, über Kuppe, 30. Rechts 6, mit rechts, beengt sich, 5, links 4, nicht schneiden. Ich kriege jetzt so viele blaue Augen. Rechts 3, lang, nicht schneiden, öffnet sich, links, über Kuppe. Zu gnädig, das spiel gerade mit mir. Zu gnädig. Viel zu gnädig. Rechts 5, beengt sich, in links 4, vollbrechung, 30. Anharte links, nicht schneiden, rechts 6. Okay, keine Bremse ist möglich, es geht zu einfach. Rechts 5, beengt sich, kurz, 30. Links 4, lang, beengt sich, 150. Nester Kurve. Rechts 4, beengt sich, links 4, steine innen, sehr lang. Achtung, Bremse, rechts abbiegen, durch Tor, Beengung, rechts 5, nicht schneiden. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Das Auto ist ein Panzer. In links 5, nicht schneiden, 40. Wind links, rechts 4, lang, über Kuppe, in Knoten, rechts 4, rechts 4, links 5, 100. Achtung, links 5, beengt sich, hier, Beengung, 30, links 5, über Kuppe, 40, rechts 4, links schneiden. Und Achtung, Vollbrechung, Anharte links, öffnet sich, bergauf, 40, rechts 5, über Kuppe, 30. Links 5, über Kuppe, rechts 5, links 3, über Kuppe, rechts 3, über Kuppe, innen halten, 30. Gnädig. Und rechts 2, links schneiden, in Kuppe, links, und geschafft. Sehr gut, das konnte nicht mehr lange gut gehen, diese Fahrweise. Ei, 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 ei. Schauen wir noch einmal, was ist die Overhaul-Zeit. 5 Minuten war die lange Stage, die kurze 3,41. Das ist ja nix. 8 Minuten 51, okay, knapp 9 Minuten. Schauen wir noch eine Stage. Ah, ich glaube schon. Oh, ich kümmer noch. Die Straßen sind mit einer Sandschicht bedeckt, die vom ersten Auto weggeschleudert wird. Das führt zu Rillen, Fahrrillen. Übrigens, war auch in Schweden sehr krass, der 2023er Rally, die Fahrrillen. Die waren von den WC1 Autos so tief gegraben wurden, dass dann, wenn die WC2 kam, an manchen Passagen, die halt so festhingen, dass sie mit dem Frontsplitter die Kuhlen weggeschabt haben. Also zwischen den zwei Fahrrillen, diese, ne, dieser Mittelberg. Und natürlich in der Nacht, wenn es dann mit den Spikes auszusehen, ab und zu mal auf den Asphalt drauf ging, wie es dann gepunkt hat. 30, spitz rechts, innen halten, links drei, nicht schneiden, rechts drei, bergab, nicht schneiden. 30, nachschauen, links drei, über Busch, in rechts fünf, Rollweiterung, in links drei, nicht schneiden, öffnet sich. Oh, das war geil. Nicht so wie das Auto, was wir gerade überholt haben. Der fand das nicht so geil. Obwohl, bis dann wahrscheinlich schon. Über Kuppe, sehr lang. Rechts drei, kurz, in links drei, kurz, 40. Rechts vier, lang, über Kuppe, öffnet sich. Links vier, kurz, über Kuppe, rechts drei, Kuppe, in links vier. Rechts vier, kurz, bergab. Rechts vier, 30. Rechts vier, nicht schneiden, öffnet sich. In links drei, lang, innen halten. Der hat jetzt geklappt, schön verzögert. Rechts drei, öffnet sich. Mit den Bremsen blockieren lassen, damit man die Strohbeine nicht erwischt. Rechts vier, nicht schneiden. Links fünf, kurz, rechts vier, beendet sich. In links vier, kurz, 50. Rechts vier, innen halten. In links drei, kurz, 30. Windling, über Kuppe. Links fünf, Bodenwellen, öffnet sich. 30. Links vier, öffnet sich. 50. Rechts vier, beendet sich. Lang, links drei, kurz, beendet sich. In rechts fünf, 30. Bremse, rechts drei, dicht schneiden. Weg, sich. Und links eins. Scharfe Anhalt rechts, öffnet sich. Links fünf, über Kuppe. Großer Sprung. Aber bergab ist hier, vielleicht haben Sie, natürlich ganz gut. Oh Gott. Okay, da bin ich mal weg. Rechts drei, dicht schneiden. Weg, sich. In spitz links, 40. Links drei, lang, war das fast schon. Rechts drei, links schneiden. Links fünf, 50. Links drei, sehr lang, über Kuppe. Sehr eng, sich. Rechts drei, lang, in, geschafft. Nein, 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 nein. Oh. Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht vor Ende, oder machen richtig Mist. Machen wir nicht. Aber hey, wir haben es gewonnen. Die erste Folge zumindest. Italien haben wir Folge 1. Auf jeden Fall Folge 1. Oder die erste von zwei Hälften. Haben wir gewonnen. Morgen geht es rein in die spaßige Spaß-Spaß-Etappe. Von daher, Leute, ich bin immer raus. Haut rein. Bye-bye. Oh. Was war das denn? Bye, have a great time.